Hey Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge zusammen mit Jakob. Hallo. Heute sind wir in MB2K23. Das ist das erste Mal, dass wir da drin sind. Also jetzt auf Video. Und heute machen wir unsere eigene Spieler-Karriere. Fangen wir heute an. Wir sind ja live im Stream auf Twitch. Kostümier Gaming. Könnt ihr auch followen. Genau. Könnt ihr followen. Würde mich freuen. Genau. Und jetzt machen wir direkt unseren Spieler in Timelapse. Auf jeden Fall erstmal möchte ich festlegen, was sind wir für eine Position? Du bist? Wir machen... Also ich bin... Okay. Ich bin Point Guard auf jeden Fall bei mir. Wollen wir dich mal stellen oder? Ja, wir nehmen Vorname Yannick Gaming. Also mit Nachnamen. Ja. Ja, mit Nachnamen Gaming einfach fast schon. Du weißt, ob du nicht jemand mir schreibst? Äh, ne. Warte. Nein. Ey. Ich dachte schon grad, ja. So Gaming... äh... Äh, was bist du? Äh, also ich bin jetzt eigentlich immer zwölf. Also jetzt nächste Saison wahrscheinlich nicht mehr, aber jetzt die Saison zwölf. Eigentlich große Ziemlichkeit. Ja. Ich würde sagen... Five, seven. Nein. Hm. Was? Okay, das ist auch gut, dann kannst du... So Gewicht, ich meine nicht ganz leicht, aber dann machen wir so... Machen wir so... Stopp. Naja, eigentlich. Ja, passt. Spannweite immer machen wir... Was? Stell ich mal hin. Einfach gerade hinstellen. Nee, 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 nee. Stell es so runter. Die gehen bis hin zu den Oberschenkeln, circa. So. Ja, seven. Nein, mach aber nicht schlank, weißt du, Leute. Da kann man mich gar nicht... So. Nein, nein, nein. Mach so eine Idee. Ja, so eine Idee. So. So, Leute. Ähm. Herzlich willkommen von mir. Ich bin jetzt hier gerade wieder am Schneiden. Und ähm. Genau, wie ihr seht, machen wir gerade die Attribute oder genau das Potenzial. Da hat es ein bisschen dauert, habe ich das Ganze auf Zedrava gemacht. Ähm. Wie das hier halt so ein bisschen war es unser Plan halt. Dahinter war. Also wir haben halt wirklich probiert, einen Shooter zu machen. Weil... Also wir haben halt nicht gemacht. Ich bin ein sehr guter Shooter, wie ich jetzt mal behaupten. Ähm. Defense, Rebounden. Es ist allgemein NBA TK nicht so wichtig. Es geht halt eher um die Offense und so, um den Spaß. Ich bin sehr... Also was jetzt? Ich bin sehr athletisch. Also ich bin sehr schnell, würde ich sagen. Meine Ausdauer habe ich durch Corona ein bisschen abgebaut. Das ist ein bisschen schade. Aber... Kommt schon wieder. Ähm. Genau, der Wurf. Also... Ich bin schon einer, der sagen würde, eher den offenen Wurf nehmen, als eins gegen eins zum Korb zu ziehen. Ähm. Ja, beziehungsweise eins gegen eins dreier nehmen, als eins gegen eins zum Korb zu ziehen. Aber... Also das ist auf jeden Fall meine Sache, was ich besser kann. Ähm. Und sonst... Genau. Es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, es hat ungefähr 20 Minuten gedauert, den ganzen... Also die Attribute hier einzustellen. Hempel mit Ball, Wall-Handling hoch. Und so wichtig zu sagen, ich bin halt auch allgemein halt, wie gesagt, in real life ein Point Guard. Da passt das halt auch, dass wir Spielabbau sehr hoch gemacht haben. Ja. Und halt Finishing... Ihr werdet schon sehen, also hier genau, ihr habt schon gesehen, hier bei Dank aus der Bewegung haben wir ganz hoch gemacht. Ich will schon irgendwann danken, das ist doch cool. Jetzt hat es Spaß. Und ähm... Genau. Also ich... Die Frage ist gerade das Video... Also... Da haben wir schon die erste Aufnahme aufgenommen. Die erste Folge aufgenommen. Die kommt natürlich morgen online oder übermorgen. Vermutlich morgen. Und ähm... Das Ganze kommt halt in der Playlist, die ihr jetzt schon seht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ähm... Genau. Ich freue mich auf eure Kommentare. Auf eure Bewertungen des Videos. Schreibt gerne Verlassungsvorschläge in die Kommentare. Und ähm... Da würde ich mich freuen. Bei... Stil und Blocken... Okay, da verrate ich jetzt noch nicht. Ähm... Naja, haben wir noch nichts gemacht. Aber... Ähm... Ich kann nicht mal sagen, bei Offensiv Rebound haben wir nichts gemacht. Da sind wir 25 geblieben. Die Fans in der Zone glaube ich auch. Und... Blocken sind wir nur ein bisschen höher gegangen, glaube ich. Aber genau, ihr seht's hier. Stil, Periwilder, die Fans muss hoch. Und... Die Ausdauer. Und die Beschleunigung. Beschleunigung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm... Genau, so. Ähm... Das Ganze geht jetzt noch circa... Drei Minuten schätze ich jetzt noch. Ich weiß es nicht. Jetzt viel Spaß. Mit Musik. Hier beim... Äh... Anschauen, wie wir unser Potenzial und meine Attribute gemacht haben. Viel Spaß beim Video. Ciao. Tschüs. 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 Was drawing Photos für Diem portray? Ja? Das qui schrifft. Aber die Insidepedia gibt vielleicht dann schnell mal kurz zur Gesetz republicans? 功 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wollen wir den nochmal ändern? Ja, machen wir das jetzt. Okay. Und das ist auch das letzte, was wir jetzt machen. So. So, warum willst du? Ich mache mal wieder North Carolina. Letztes Mal haben wir glaube ich dieses Michigan State. Mach Augen zu. Sag Stopp. Stopp. So. Was willst du denn? Texas genommen eigentlich. Ja? Okay. Ist egal. Oder wir sagen auch einfach doch Stopp. Stopp. Sag Stopp. Hier. Denel. Hast du meine Aufsicht gehört? Nee, wirklich? Okay, dann kommen wir zu Denel. Du machst das Ganze unten und dann war das so. Gerne, gerne. Dann machen wir das. Oh, dann spielst du für Luca. Ja. Oh, nee. Nee, das kann man nicht machen. Ist jetzt schon. Ja, machen wir das. Ist okay. Aber ich glaube dann spielst du auf der Zeit. Oder? Ja, wahrscheinlich. Aber das müssen wir auch aussehen machen. Aussehen. Inteici. Ist eben dicimos. Wir gehen einfach nochmal nach resurgencia theory. vemos uns dann können wir an einiger gentleman zu finden. Zeigwandteyda. Der Schritt rutscht. Und dann? Ja, alles klar. Was? Und dann? Ja, meine Lecker oder meinte? Musik 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 Ja? Ja, das hat sie gepostet. Wir können einmal den Schüler testen. Die müssen eigentlich auf den Jamm. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau.